Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect und ich hab, glaube ich, gesehen, dass es zumindest neue Karten gibt. Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Weil, wann wir bei den beiden ja schon beide geschafft haben, müsste es da eine dritte geben. Tragen Sie mich für eine Jagdmission ein. Okay, ich kann entweder das Level unterirdisch oder Vulkangebiet laden. Hm, anscheinend doch nicht, okay. Ich würde gerne etwas anderes ausprobieren. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Okay, da will, okay, dann haben Sie, weil irgendwie waren diese Punkte-Ding nur noch ein drittes für jeweils die, aber naja, gut, dann machen wir jetzt, äh, Erobern. Erobern. Sie können zwischen Vulkangebiet und Tropen wählen. Was muss ich im Modus Erobern tun? Erobern Sie alle Kontrollpunkte so schnell wie möglich. Je schneller Sie die Kontrollpunkte erobern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Sie können zwischen Vulkangebiet und Tropen wählen. Okay, dann nehme ich Tropen. Ich nehme die Tropen. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt, Sie können jederzeit anfangen. Und gucken wir mal, wie Battlefield geht. So, hier, äh, nehmen wir wieder die Kampfstärke. So. Sie zu dem Punkt und halten Sie ihn um jeden Preis. So, ich denke mal, da oben ist der erste Punkt, wie ich mir das vorstelle. Ja. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, okay, okay. Okay. Den ersten Punkt haben wir. Okay, und weiter. Nicht nach hinten gucken, nur nach vorne. Okay. Und weiter. Es geht nicht darum, viele Gegner zu töten. Es geht darum, ein Ziel zu machen. Okay, den Punkt haben wir. Weiter, weiter, weiter. Ich denke mal, hier ist der nächste. Ja. Und dann geht's da weiter. Okay, und schießen. Autsch, passen Sie auf. Ey, wieso tötet ich den nicht? Achtung, Sie haben eines Ihrer Tropenmitglieder verloren. Oh Gott. Ich bin auch tot. Nicht schlecht eigentlich, aber ich habe diesen einen nicht töten können. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich müsste das in zwei Minuten etwa schaffen. Okay. Das heißt, ich habe eine halbe Minute pro Feld, würde ich behaupten. Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Ah, okay. Ähm. Dann mache ich das doch mal lieber mit Tech und Biotik so ein bisschen gemischt. Sie sind im Punkt und halten Sie ihn um jeden Preis. Jo. Ah, also eine halbe Minute pro Feld. Das könnte man echt hinkriegen. Jo. So. Man darf sich halt nicht auf dem Weg aufhalten. So. Wir haben den ersten und 24 Sekunden. Das ist in der Zeit. Okay. Ähm. Autsch. Pass es hier auf. Huch. Damit haben wir uns selbst außer Gefecht geschaltet, würde ich sagen. Wären die Ladezeiten nicht so lang, da wäre das gar nicht so schlimm. Oh, beziehungsweise die Ladezeiten, diese Zwischensequenzen sind das Problem. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. So. Es ist sehr einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Ja, ich weiß. So. Nochmal. Vielleicht mit Mikro-Time-Management ein bisschen was machen. Das wird allerdings nicht, wenn... Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. Äh. Ja. Hammer. Ein guter Anführer des Zentims neben Stich. Äh. Jaja. Lass es hier auch nicht. Oh, nur Schmerzen. Kein Gewinn. Oh Gott. Gero, es ist ja wirklich komplett tot. So, weitermachen. Weitermachen. Weiterermachen. 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 Alter. Da hab ich ja nicht gerechnet. Das wird nix. Das wird nix. Der versucht. Der wird nix. Keine Chance. Sorry. Aber wenn ich das sage, aber... Nur Schmerzen. Kein Gewinn. Das ist Kacke. Dieser Modus. Dass ich nicht direkt hier neu sagen kann. Versteh ich nicht. Direkt da einfach neu wiederholen. Warum? Ne? Warum nicht? Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Machen wir das mal. Bei den Menschen. Es ist sehr einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Mhm. Versuche ich. So. Okay, okay. Der erste ist halt kein Problem. Der zweite eigentlich meist auch nicht. Aber... So, der dritte wird das Problem. Okay. Und weiter. Los, 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 los. Los, 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 los. Oh Gott, was? Da ist ja doch einer. Seit wann? Ah, okay, okay, okay. Wow, guter Schuss. Ja, ja, ich versuche mein Bestes. Äh. Ne, die können sie alle nicht. So, und weiter. Wir können weiter gehen, Leute. So, den dritten haben wir auch. In der Zeit. Okay, bevor der kommt, äh... Das verstehe ich nicht. Warum kriegt der keinen Schaden? Hä? Das ist ein Bug. Das muss ein Bug sein. Dass der keinen Schaden kriegt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Echt nicht. Ich kann den nicht töten. Das ist nicht möglich. Ich kann den nicht töten. Das ist doch kacke. Das ist kacke, ist das. Richtig mega kacke. Ich kann nichts tun. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Das ist doch... Behindert ist das. Äh. Ist sehr einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Ja, da sage ich auch nichts gegen. Das ist auch kein Problem. Aber sobald es dann darin geht, dass ich diesen einen Gegner töten soll, das habe ich jetzt schon mehrmals gesehen. Das ist einfach ein Mega-Bug. Den ich nicht hin... Äh. Nee, den ich nicht lösen kann. Ich schieße direkt auf den Bedeck. Das ist ein Nullschaden? Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. So. Oh, nee. Das Interface ist die absolute Vollkatastrophe. Actually ist tot. Wow. Die mit der Kampfstärke ist tot. Und jetzt kommt der gleich wieder. Siehst du gleich. Da kommt gleich der Gegner, den ich nicht töten kann. Wo es egal ist, was ich dagegen tue. Ich kann dir keinen Schaden machen. Das ist kein... Das geht nicht. Ihn kann ich töten. Ja. Das ist kein Problem. Ja. Da passiert so eine Kacke. Aber ich kann ihn nicht töten. Ich kann nichts machen. Das ist ganz egal, was ich versuche. Es ist... Das ist doch... Was soll denn das? Wie kann man denn sowas rausbringen? Eine Mission, die nicht möglich ist. Verbrauchen Sie noch etwas? Weil ich möchte den letzten Test dann versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Ich verstehe es nicht. Gehen Sie zu dem Punkt und halten Sie ihn um jeden Preis. Ey, für sowas hasse ich Mass Effect. Ist ein tolles Spiel vielleicht, ne? Aber... Das ist kacke. Also das ganze Kampfmanagement ist eigentlich kacke, aber... Ich tue jetzt mal, als wäre ich das gut. Ich tue jetzt mal, als wäre ich das gut. Ich bin da jetzt mega geschockt. Und ich versuche, den einfach mal zu ignorieren. Warum kommen denn da jetzt plötzlich so viele Gegner? Ne. Das verstehe ich auch nicht, aber okay. So, jetzt kommt es wieder. Den kann ich. Okay, und weiter. Das werden Sie morgen spüren. Okay, äh... Ja, das ist der Falsche. Den kann ich nicht normal anvisieren. Nur Schmerzen, kein Grinn. Oh mein Gott. So, hier ist extrem offen. Das werden Sie morgen spüren. Das werden Sie morgen spüren. Vier Sekunden unter dem Hauptziel. Arbeiten Sie weiter, Soko-Mander. Ich hab's geschafft, ja klar, aber nur, weil der diesmal nicht kam, dieser Gegner. Ihr habt ja gesehen, das kam ja bisher jedes Mal. Speichert Inhalte. Ja, da bin ich froh, dober. Oh, äh... Was war das jetzt einmal für eine Laison, der dann gerade kam. Da hab ich eine Mission geschafft. Wie Dinos Punkte stand in acht Missionen schlagen, ich hab jetzt sechs, äh... Verbrauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Erobern. Erobern. Sie können zwischen Vulkangebiet und Tropen wählen. Dann nehme ich mal das Neue. Laden Sie bitte das Level Vulkangebiet. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Okay, dann nehme ich Tali und Ashley. Das hat bisher ganz okay geklappt. Das ist sehr einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Ah, da ist der erste Punkt. Es gibt zwar wahrscheinlich keine feste Reihenfolge, aber... Nein, das ist bestimmt wehgetan. ...eine, die man wahrscheinlich erfüllt haben muss, so in der Art. Ich komme von hinten. Ich komme von hinten. Ja, das kann ich vergessen. Das Ding, wenn das komplett verneuern fängt. Egal, ich mache es, damit ich weiß, wo die Punkte sind. Dauert das denn bitte schön? Ich weiß auch nicht, wo ich hier hin muss. Ist auch sehr nice. Nur Schmerzen, kein Gewinn. Aha. Eine Lagerhalle ist eins. Okay. Lagerhalle dürfte möglich. So. Und weiter. Wieso geht denn das jetzt plötzlich hier so schnell? Ach, das hat bestimmt wehgetan. Und Leihende Mission ist zieler 1. Wow. Ich, äh... Ja. Wow, Hammer. Ähm. Äh, Vidinos hat zwei Minuten, okay. Das hört sich nach einem... nach machbaren Dingen an. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. So, äh... Eigentlich ist Ashley so oft gestorben, die ganze Zeit. Aber... Ja, ich denke, also muss mal... Gehen Sie zu dem Punkt und halten Sie ihn um jeden Preis. Mhm. So, mit ein bisschen wie kurz Zeitmanagement wieder hier. Und dann nach in die Lagerhalle. Und dann muss ich den dritten Punkt suchen. So, den haben wir. So. Sorry, Shepard, aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Hey! Was ist denn das? Nur Schmerzen, kein Grin. Also. Die spawnen halt auch manchmal kacke. So. Hier rein, Leute, hier rein. So, los, 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 los. Hier ist eigentlich sicher. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Okay, das haben wir. Wo ist das letzte? Oh Gott, äh... Okay, und... Das wird nämlich jetzt schwer. Das muss ja in der Lager halt... Nein, Mann! Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Erneut. Das ist so wie, äh, hier in... GTA, diese Flug... Es ist sehr einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. So, dann ist hier bestimmt der letzte Punkt drin, ne? Ja. Ist er. So. Dann ist das, glaube ich, die beste Variante, die man machen kann. Das wird's jetzt auch noch. Und nochmal neu, weil ich einen fucking Millimeter aus dem Bereich raus bin. Ja. Ich bin jetzt schon bei, äh, 40, 45 Sekunden. Das wird nix. Das wird auf keinen Fall was. Das ist nicht möglich, sage ich. Jetzt noch. Du musst so einen Modus halt perfekt schaffen, damit das was wird. Du darfst nicht anhalten. Keine Fehler. Gar nix. Der perfekte Soldat. Äh, so. Wo macht der die Dinger denn auch immer hin? Was soll denn das? Das ist nicht jedes Mal ein Problem. Ob ich... Brauchen Sie noch etwas? Das ist kacke. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Gehen Sie zu dem Punkt und halten Sie ihn. Um jeden Preis. atiether Aush. Passer Sie auf. Was ist das? Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Es ist sehr einfach, Shepard. Erreichen Sie den Punkt, erobern Sie ihn und wiederholen Sie das. Gute Arbeit, Shepard! Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. Das werden Sie morgen spüren. Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. So geht das. Aber mit hat er nicht gerechnet. So geht das. Wow, guter Schuss. So, es könnte jetzt klappen. Ich war jetzt echt mal ruhig, weil ich mich konstituieren wollte. Aber ich glaube, ich bin jetzt falsch über, obwohl ich einen perfekten One hatte. Und ganz ehrlich, da kann ich noch nichts gegen tun. Wenn es kein perfekter One ist, dann mache ich einfach die Mission nicht. Okay, ich bin raus. Tschüss.